Okay, bist du ready? Ja, jetzt rufen wir den Jakob an, oder was? Müssen wir erst ein Intro für uns filmen? Also wie hier so zählen? Oh, was haben wir denn alles? Aber was, also du willst es jetzt, ähm... Also es geht ja darum, Teamding zu machen, oder? Ja. Jetzt war das in 12, so in 13, 14, dann haben wir jeweils über 10 Videos veröffentlicht. Junge, das ist ja echt fast eins pro Monat. Das ist ja total gestört. Sollen wir erst mal den Thomas anrufen? Guten Tag, wir sind schon... Hört sein Handy einfach aus. Okay, let's go. Hallo, Herr Vöckler, hallo Herr Jakob, hier ist der Max. Und da ist noch jemand dabei. Hallo Jakob. Hallo, hörst du uns? Ja. Hallo, spreche ich da mit dem Herrn Unschflohig? Ja. Hoi. Hallo. Hallo. Ich, der Hannes und ich sind's. Ich und der Hannes. Hannes und Max. Du, Matze. Ich bin ich. Wir haben richtig gute Sachen, richtig gute, freudig... Peter Zimczak. Schauen wir mal, ob der rangeht. Ich weiß, 17 Uhr, jetzt könnten die auch mal Freie Abend machen. Eigentlich schon, ne? Guten Tag, wir sind verbunden mit der Nenbox. Hallo. Hallo, moin. Hallo, moin. Ich bin's. Und das noch, der Hannes ist auch mit dabei. Hallo. Sehr ernst. Witzig. Mein Handy hat gesagt, unbekannte Nummer, maybe Max hätte. Hat dein Handy gesagt? Nicht mehr einfach dumme Sachen, wir gehen nicht mehr raus, schmeißen uns in den Sand und filmen das. Und das machen das nicht mehr wöchentlich. Wir haben uns gedacht, wir sollten einfach... Die Welt ist sowieso zugemüllt, vor allem im digitalen Bereich. Lass sie uns noch mehr zues müllen. Lass einfach rausgehen und lass wöchentlich dumme Videos machen. Ich bin nächsten Monaten ein bisschen busy, ich blieb wieder zurück nach Deutschland. Jede Woche. Dann komm ich nach Erlangen. Genau. Immer. Ach. Aber... Bist du dabei, Jakob? Hast du Bock? Ich hab schon Bock, aber... Ach, nee. Bei uns haben wir noch das Problem, dass ich gar keine Procurskits mehr habe. Ach, Ivo, hast du nicht mal gesagt, das verlernt man nicht. Morgen habe ich schon. Morgen, doch, doch, lass uns morgen trainieren. Der Jakob kommt morgen an Steinkreis. Der Jakob hat gerade zugesagt, dass er morgen kommt. Ernsthaft? Weiß auch. So, endlich wieder Training. Juhu. Oh, und wir sind auch schon am Spot. Heute kommt ja sogar der Jakob dazu, oder? Ja, der Jakob ist ja so. Oh, genial. Jetzt schauen wir mal. Da ist ja der Spot. Aber ich seh den Jakob gar nicht. Hä? Jakob? Jakob. Jakob? Hä? Hä, was war da? Hä? Ich seh den Jakob nicht. Jakob ist nicht da. Aber der Jakob wird uns doch nicht angelogen haben. Hm. Bis zum nächsten Mal. Na, glaube ich. Da ist er drauf. Wir finden den. Ja, wir finden den. Gib mir noch einen, okay? Wenn ich es dann nicht schaffe, dann darfst du filmen. Okay? Ich bin ready. Schleichwerbung, warte mal. Jo. Okay, nochmal. Ja, meinst du, war das nicht so gut? Ja, der Backflipper Ende war schlecht. Okay. Mach einfach einen Backflip am Ende, ist viel cooler. Ah, gut. Jetzt kommt der. Jetzt kommt der, jetzt kommt der Zeit. Habe ich es. Sch***. Komm mal rein, warte Scheiße. Ich konnte mich tatsächlich nicht so ausladen freuen, wie ich eigentlich gewünscht hätte, weil ich ja in der U-Bahn war. Ach so, die U-Bahn. Ja, das ist natürlich doof mit der U-Bahn. Ich will das endlich. Ja, das stimmt. Ich will das heftig machen. Ja, das freut mich. Das freut mich, dass du dabei bist. Unser Potenzial. Unser Potenzial ausarbeiten. Das ist schön, ja. Und den uns gebührenden Platz in der Weltrangliste der Parkourteams einnehmen. Oh, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Das trifft sich sehr, sehr gut. Das trifft sich sehr, sehr gut. Wir bräuchten natürlich noch so ein bisschen Material von dir.